Der Prolog von Orid vom 8. September Gedenken, die Geburt der allheiligen Gottesgebärerin Als die heilige Jungfrau geboren wurde, waren ihre Eltern Joachim und Anna schon in hohem Alter. Ihr Vater stammte aus Davids Linie, ihre Mutter aus der Linie Aarons. So war sie von väterlicher Seite her von königlicher Herkunft und von ihrer mütterlichen Seite her aus priesterlichem Stamm. Darin war sie eine Vorabbildung dessen, der als König und hoher Priester aus ihr geboren wurde. Ihre Eltern waren schon sehr alt und hatten keine Kinder. Deswegen waren sie vor den Menschen beschämt und demütig vor Gott. In ihrer Demut beteten sie zu Gott unter Tränen, dass er ihnen Freude in ihrem hohen Alter schenken möge, indem er ihnen ein Kind gewähre, wie er einstmals Abraham und seiner Frau Sarah ebenfalls in hohem Alter Freude bereitet habe, indem er ihnen Isaak schenkte. Der allmächtige und allsehende Gott belohnte sie mit einer Freude, die all ihre Erwartungen und ihre schönsten Träume übertraf. Denn er gab ihnen nicht nur eine Tochter, sondern die Mutter Gottes. Er erleuchtete sie nicht nur mit einer irdischen Freude, sondern auch mit ewiger Freude. Gott gab ihnen nur eine Tochter und diese gebar ihnen später nur einen Enkelsohn. Doch was für eine Tochter und was für einen Enkelsohn! Maria voll der Gnaden, gesegnet unter den Frauen, der Tempel des Heiligen Geistes, der Altar des lebendigen Gottes, der Tisch des himmlischen Brotes, die Arche der Heiligkeit Gottes, der Baum der süßesten Frucht, die Ehre des Menschengeschlechts, das Lob der Weiblichkeit, der Quell der Jungfräulichkeit und Reinheit. Dies war die Tochter, die Gott Joachim und Anna gab. Sie wurde in Nazareth geboren und im Alter von 13 Jahren in den Tempel von Jerusalem gebracht. Als junge Frau kehrte sie nach Nazareth zurück und kurz darauf hörte sie die Verkündigung des heiligen Erzengels Gabriel über die Geburt des Sohnes Gottes, des Erlösers der Welt aus ihrem allerreinsten Leib. Das Fest der allheiligen Gottesmutter von Kalista Im Kloster der allheiligen Gottesgebärerin in der Nähe des Ortes Kalista westlich von Struga in Makedonien offenbarte die allheilige Gottesmutter ihre Kraft und Barmherzigkeit durch zahlreiche Wunder. Viele der Kranken wurden auf wundersame Weise geheilt und die, die das Kloster plündern oder entweihen wollten, wurden durch eine unsichtbare Kraft heftig bestraft. Es gibt dort eine wundertätige Ikone der allheiligen Gottesgebärerin. Daneben gibt es zwei Quellen mit heilendem Wasser, die des heiligen Peter und die des heiligen Ananias. Die Kapelle des heiligen Athanasius befindet sich nicht weit entfernt von der Hauptkirche in einer Höhle. Das Fest der Ikone der allheiligen Gottesgebärerin von Potschaev In der Provinz Volhinien in Potschaev liegt ein berühmtes Kloster der allheiligen Gottesgebärerin. Die allheilige Mutter Gottes erschien dort zum ersten Mal im Jahre 1340 einem Mönch, der sich zusammen mit einem anderen dort in deiner Höhle in der Askese mühte. Von dieser Zeit an war der Ort ein unerschöpflicher Quell zahlreicher Wunder. Lobeshymne Die Geburt der allheiligen Mutter Gottes O Höchstersehnte und Langerwartete, O Jungfrau, du vom Herrn mit Tränen Erworbener, Ein leiblicher Tempel des allheiligen Geistes wirst du sein Und Mutter des ewigen Wortes. Den brennenden Dornbusch nannten sie dich, Denn du solltest in dir das göttliche Feuer empfangen. Vom Feuer entflammt, doch nicht verzehrt, Wirst du die goldene Frucht tragen und der Welt darreichen. Du wirst jenen in dir tragen, der die Himmel trägt, Dem alle Himmel Lobpreis darbringen. Das Wunder der Wunder wird in dir geschehen, Denn den Himmel wirst du geräumiger als die Himmel tragen. Du bist uns kostbarer, O Jungfrau, als kostbare Edelsteine, Denn du bist die Quelle der Rettung für die Menschheit. Dafür möge dich das ganze Universum verherrlichen, O allerheiligste Jungfrau, O weiße Taube. Der König des Himmels wünscht, die Welt zu betreten, Und eintreten wird er durch dich, wundervolle Pforte. O Jungfrau, zur Frau geworden sollst du Christus für uns tragen, Aus deinem Leib wird die Sonne aufleuchten. Betrachtung Der heilige Dionysius der Areopagit Schreibt über die unermessliche Freude, Das äußere und innere Leuchten und den unbeschreiblichen Duft, Den er in der Gegenwart der allheiligen Mutter Gottes wahrnahm, Als er sie in Jerusalem besuchte. In seiner Begeisterung sagte er, Wenn er nicht den einen wahren Gott anerkennen würde, So würde er sie, die allheilige Jungfrau, als Gott anerkennen. Die allheilige Jungfrau hinterließ solche einen starken und tiefen Eindruck Schon während ihres irdischen Lebens Und sie empfing eine unvergleichlich größere Kraft nach ihrem leiblichen Tod, Als sie nach dem Willen Gottes über die Scharen der Engel erhoben wurde. Ihre Kraft kommt aus ihrem unablässigen Gebet zu Gott für die Gläubigen, Für alle, die sich an sie wenden, um Hilfe zu erhalten. Der heilige Johannes von Novgorod wusste, Als er und sein Volk zu ihr beteten, Um Hilfe gegen die feindliche Armee zu erhalten, Dass sie in diesem Augenblick zu Gott mit Tränen für sie betete, Und Novgorod wurde auf wundersame Weise gerettet. Wie sie während der Kreuzigung ihres Sohnes litt, So leidet sie mit allen Schwachen, die sich an sie um Hilfe wenden. Man kann sagen, dass die ganze Erde durch die Wunder ihres Erbarmens geschützt wird. Es lebt heutzutage in Belgrad der Betreiber eines Cafés C.J., Der im Dorf Laboniste in der Nähe von Struga geboren wurde, Der erblindet war und dessen Mutter ihn in das Kloster Callisto brachte. Dort hatte der Priester vor der Ikone der Allheiligen Mutter Gottes für ihn gebetet, Und er hatte seine Sehkraft wiedererlangt. Der erste Mönch in Butscheif sah eine flammende Säule, Die sich von der Erde bis zum Himmel erstreckte, Und auf dieser flammenden Säule sah er die Allheilige Mutter Gottes. Sie stand auf einem Felsen, Und eine heilende Quelle entsprang an dieser Stelle, Und bis heute spendet sie vielen Kranken Heilung. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Gottes wundersame Gabe an Salomo. Erste Könige Kapitel 3 Wie der Herr Salomo in Gibeon erschien und ihn fragte, was er sich wünsche. Wie Salomo um ein verständiges Herz bat, Um das Volk zu richten und Gut und Böse zu unterscheiden. Wie Gott ihm gab, was er suchte und das, was er nicht suchte. Homilie Über die Gleichheit des Vaters und des Sohnes Der Sohn kann nichts von sich aus tun, Sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Johannes 5, Vers 19 Wie muss man diese Worte verstehen, meine Brüder? Wie sie einige Heretiker verstanden haben, Dass der Sohn geringer und schwächer als der Vater wäre? Keineswegs. Der Mund, der die Worte des Herrn auf diese Weise deutet, Spricht ehrlos. Wir müssen diese Worte verstehen, Wie sie die heiligen Väter verstanden haben. Das heißt, der Sohn ist dem Vater in allen Dingen gleich, Und er kann aufgrund seiner Gleichheit des Willens, Der Liebe und der Weisheit nichts dem Willen, Der Liebe oder der Weisheit des Vaters zu widerlaufendes tun. Auch der Vater kann nichts im Gegensatz zum Sohn tun, Noch der Heilige Geist etwas im Gegensatz zum Vater oder dem Sohn. Alles, was der Vater wünscht und will und denkt, Wünschen, wollen und denken auch der Sohn und der Heilige Geist. Welche Harmonie ohne gleichen und ungeteilte Einheit Und welches unaussprechliche Wesen. Auf diese Weise wird klar, Dass der Sohn weder irgendetwas von sich aus tun kann oder will, Außerhalb der Harmonie und der Einheit mit der Macht und dem Willen des Vaters. Dass dies die korrekte Interpretation ist, Wird vom Herrn selbst bezeugt, In diesen weiteren Worten, Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, So macht der Sohn lebendig, wen er will. Seht ihr die Gleichheit des Willens und der Macht? Das, was der Vater will, ist auch der Wille des Sohnes. Das, was der Vater vollbringen kann, Vermag auch der Sohn zu vollbringen. Gott kann nicht geteilt werden Und wer versucht, die Gottheit zu teilen, Wobei er die eine Person verringert Und die andere größer macht, Bringt einen Fluch über sich Und kann nicht gerettet werden. O allheilige Dreiheit, unser Gott, Drei in den Personen und einer im Wesen, Leben, Licht und Liebe, Schau auf uns und erbarme dich unser. Amin.